willkommen zurück auf dem kanal heute eine subtour auf dem kochelsee viel spaß und ich freue mich dass ihr wieder dabei seid der kochelsee liegt ungefähr 70 kilometer südlich von münchen der freistaat bayern ist eigentümer des sees der see hat ungefähr 5,9 quadratkilometer und ist etwas über 60 meter tief der see hatte sogar eine ausweitung nach der eiszeit bis nach penzberg und war sogar damals 200 meter tief über dem kochelsee liegt der weichen see der sehr bekannt ist für seine winde für segler kite surfer windsurfer ideal geeignet der kochelsee ist hier im prinzip etwas ruhiger allerdings kann es hier natürlich auch vorkommen dass es fallwinde gibt starkwinde gerade wenn in den alten fönlage herrscht da kann sein dass der wind vom kesselberg kommt und entsprechend heftig sein kann und es ist auch so dass gerade in kalten nächten rein von der thermik her die fallwinde entstehen hier seht ihr das berühmte weichen see kraftwerk und hier auf der anderen seite seht ihr schledorf es gilt natürlich wie immer hier aufs wetter zu achten und entsprechend auch nach können die subtour zu planen den wind einzuschätzen ob man jetzt am anfang gegen oder mit dem wind fährt und auch die kondition entsprechend einzuplanen gerade vielleicht wenn man jetzt später am tag unterwegs ist oder eventuell noch gewittergefahr herrscht aber das ist klar da erzähle ich euch sicher nichts neues hier ist kochel aufpassen muss man mit der wassertemperatur die leussach fließt hier rein und auch wieder raus der see wird praktisch von der leussach gespeist entsprechend ist der see auch sehr kalt zudem wird auch ständig über das wasserkraftwerk am weichen see wasser von weichen see in den kochel see geleitet und der weichen see ist ja auch eher ein kälterer see alles zusammen führt dazu dass es selbst im hochsommer im kochel see nicht besonders warm ist also wer hier schreckhaft ist mit dem wasser das sollte den see meiden aber für alle anderen die hier entspannt rumpaddeln wollen und das berg panorama genießen wollen ist das sie sehr schön geeignet natürlich ist es auch hier so dass es eine schifffahrt gibt aber da kann man ganz gut ausweichen das heißt da gilt es wie immer wie auch am starnberger see oder ammersee zum beispiel hier auf die schifffahrtsroute zu achten und entsprechend auch aufzupassen mir hat es richtig spaß gemacht auf dem see und ich kann das auf jeden fall empfehlen und ich werde da auf jeden fall auch wieder hinfahren und eine noch längere tour planen ich bedanke mich fürs reinschauen bis zum nächsten mal servus ich 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017